Na ihr kleinen Spastis? Nein, Spaß. Ihr habt euch bestimmt schon gefreut, dass dieser kleine Hurensohn endlich aufgehört hat mit YouTube, aber na na. Na, wie geht's euch so? Schönen Adventskalender hier gehabt, schön weiter in die Türchen geguckt? Nein. Warum kamen in den letzten Tagen keine Videos auf diesem Kanal? Nun ja, diese freien Tage habe ich eigentlich überwiegend dafür genutzt, um einmal in mich zu gehen und einfach zu überlegen, wie es auf diesem Kanal weitergehen soll. Ja, ein richtiges Konzept für diesen Kanal entwickeln und das habe ich jetzt auch eigentlich so gut wie fast fertig. Ich habe mir mal so überlegt, wie ich das schon vor circa zwei Monaten geplant hatte, nur nicht umsetzen konnte, weil ja, gewisse private Dinge im Vordergrund standen und jetzt sowieso nicht mehr weiter fortgesetzt werden können und so, ne. Ich habe mir für diesen Kanal einen richtigen Wochenplan überlegt, Leute, von Montag bis Freitag, der folgendermaßen aussieht. So, am Montag habe ich mir so überlegt, wird immer ein kleiner, cooler Vlog mit speziellen Formaten, die auch schon ungefähr vorgeplant sind, ja, ungefähr, da bei euch ja Vlogs ganz gut ankommen, welche sich auch fortführen. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag kommen wie gewohnt weiter Gameplays von den verschiedensten Games auf der ganzen Welt. Und nein, keine Let's Plays, sondern Spiele, die man einfach so rundenmäßig immer wieder zocken kann, also Games wie League of Legends, Axe Ball oder so und ach, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht finden wir ja was noch. Und ein ganz, ganz spezieller Tag bleibt noch übrig und zwar der Donnerstag. An dem Tag möchte ich euch ein bisschen mit meiner Musik beschenken und irgendwelche Free Tracks, Free Beats oder, 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 ach, ihr werdet es schon sehen, was da auf euch zukommen wird. Und ja, am Samstag und Sonntag gibt es keine Videos, höchstens vielleicht irgendwelche Kurz-Info-Videos wie dieses hier, aber mehr auch nicht. Also, dieser Plan geht noch nicht in dieser Woche los, wo ich dieses Video handhochlade, sondern eine Woche danach, also sozusagen am Weihnachten ungefähr. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen und ja, vergisst nicht mich bei Instagram, Twitter, Facebook und bei dem ganzen Scheiß zu liken. Ich freue mich natürlich auch nicht, wenn ihr mich liked oder abonniert. Ha! Spaß! Obwohl, ne, kein Spaß! Ciao! Brrss!